Wir sind ja heute hier bei Erna. Wo ist die Erna? Erna! Erna, wir wissen, wo dein Auto steht. Komm! Wo ist die Erna? Wir brauchen die Erna. Liebe Erna! Wir haben uns überlegt, dass wir mit der Simon Kanon haben. Wir haben uns was überlegt. Wir meinten, wir haben gedacht, dass wir... Moment! Moment! Kurze Pause! Erstmal müssen wir sagen, dass es bei dir super toll ist. Richtig klasse! Wir haben also etwas vorbereitet für unsere liebe Erna. Wir spielen jetzt mal ab. Seid ihr alle versorgt? Habt ihr einen Zettel? Wir machen jetzt hier sozusagen bei Vino Imas machen wir einen Flashmob. Ja! Ja! Unser Vino Imas. Ja! Eine richtig kaltere Flashmob. Wenn es funktioniert. So! Ja, hallo Freunde! Wir sind hier auf Mallorca, in Pagera. Und wir haben eine wunderschöne Kneipe entdeckt, wo wir so richtig abhängen können. bei Vino Imas. Und unsere Gastgeberin. Heute Abend ist die bezaubernde, unglaubliche, unbeschreibliche Erna. Hallo! Hallo! Komm, wir fahren heut zu Erna. Denn da ist es toll. Komm, wir feiern heut bei Erna. Mach die Gläser nochmal voll. Mach die Gläser nochmal voll. Bei Erna. Bei Erna. Mach die Gläser nochmal voll. Bei Erna. Vino Imas. Jede Menge Spaß. Bei Erna. Bei Erna. Live Musik und Fußball live. Bei Erna. Bei Erna. Die Kultkneipe in Pagera. Zieht dich magisch an. Gemütlichkeit, nette Leute. Von Anfang an. Komm, wir fahren heut zu Erna. Denn da ist es toll. Komm, wir feiern heut bei Erna. Mach die Gläser nochmal voll. Mach die Gläser nochmal voll. Bei Erna. Bei Erna. Mach die Gläser nochmal voll. Bei Erna. Total kulturell, echt sensationell. Bei Erna. Bei Erna. Echte Freundlichkeit und Gastlichkeit. Bei Erna. Bei Erna. Hier treffen sich tolle Menschen. Bei einem Gläschen Wein. Ein Hoch auf Erna und ihrem Team. Die Gäste stimmen mit ein. Komm, wir fahren heut zu Erna. Denn da ist es toll. Komm, wir feiern heut bei Erna. Bei Erna. Mach die Gläser nochmal voll. Bei Erna. Mach die Gläser nochmal voll. Bei Erna. Bei Erna. Mach die Gläser nochmal voll. Mach die Gläser nochmal voll. Bei Erna. 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 Bei Erna. Mach die Gläser nochmal voll. Mach die Gläser nochmal voll. Mach die Gläser nochmal voll. Untertitelung des ZDF, 2020